Das erste Sachmaschnell im Trainingslager und wir haben unseren Neuzugang da. Hi Schlotti, wie oft wirst du eigentlich Kevin genannt? Oft genug. Dann Kevin oder Matteo? Kevin. Gut angekommen in Jerez? Ja. Sehr gut. Was steht denn heute Abend auf deinem Speiseplan? Eher ganz viel Pasta oder ein frischer Salat? Salat, Pasta und ein bisschen Fisch. Also alles ein bisschen. Wir sind aber ja auch nicht zum Essen hier, sondern zum Trainieren. Was ist dir lieber, dein Ausdauertraining oder ein bisschen Kraft? Krafttraining mache ich lieber. Danach dann ab in die Eistonne oder schön unter eine warme Dusche? Unter eine warme Dusche. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie viel Bock hast du denn auf die Rückrunde, Anne Castropa? 101. Oh, sehr gut. Was sagt denn dein Bruder eigentlich dazu, dass du jetzt auf einmal in der Nachbarschaft kickst? Nichts Besonderes, er freut sich auf die zwei Duelle. Okay. Noch ein paar schnelle Fragen und wo wir gerade bei deinem Bruder sind. Takuma Asano oder Nico Schlotterbeck? Nico Schlotterbeck. Hoffentlich guckt Takuma nicht zu. Frühaufsteher oder Langschläfer? Langschläfer. FIFA oder doch ein gutes Buch? FIFA. Netflix oder Tatort? Netflix. Was war denn deine letzte Serie, die du geguckt hast? Kaleidoskop heißt sie glaube ich, die ist jetzt neu auf Netflix glaube ich. Heute auch im Flieger geguckt. Auf jeden Fall ja. Genau. Breisgau oder Berlin? Berlin. Currywurst aus Bochum oder Berlin? Fangfrage. Ich esse kein Fleisch, was mache ich dann? Dann die vegane Currywurst aus Bochum. Dann die vegane Currywurst aus Bochum. Wunderbar. Wer war bisher dein bester Mitspieler? Gute Frage. Rizzodorn. Kopfballtor oder Ball von der Linie kratzen? Kopfballtor. Flutlicht oder 15,30? Flutlicht. Das war's schon. Danke Schlotty. Bitteschön.